Irgendwas ist doch immer. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Travel Bugs, weil das ist heute mit so das Hauptding. Wir werden ungefähr acht Geocaches auf dem Weg sehen. Hallo? Aber ich komme heute noch nach Hause. Ja. Okay. Ist das hier so eine beliebte Gegend für Geocaches? Keine Ahnung. Es ist eine Runde tatsächlich, habe ich gesehen. Ach so, okay. Ach so, ja. Die Geocaches, der erste, den wir jetzt gleich sehen werden. Was ist das für eine doofe Karte? Am Rechner sah das alles viel einfacher aus. Ja, dann fahren wir noch mal kurz nach Hause. Gucken uns das da an. Warte. Wir sind noch gar nicht da. Wir sind falsch. Wir müssen den Bogen und... Ach komm, wir werden es sehen. Mehr dazu erfahrt ihr in der 24. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.